Herzlich willkommen zu einer weiteren Lerneinheit im mediengestützten Unterricht Ihrer privaten Akademienkarriere in Moor. Wir befinden uns immer noch innerhalb der gemischten Aufgaben im Bereich der Warenkalkulation. Machen wir gleich weiter mit dem ersten Thema. Es geht hier um die Ausnutzung von Skonto. Dazu folgender Fall. Die Firma China Import Corporation schickt uns die Rechnung für gelieferte Textilien im Wert von 98.600 Euro brutto. Wir haben folgende Zahlungsbedingungen. 50 Tage rein netto Zahlungsziel, ohne Abzug natürlich. Die Zahlung innerhalb von 20 Tagen würde uns 2% Skonto bilden. Als erstes müssen wir den Überweisungsbetrag berechnen. Der Überweisungsbetrag ergibt sich, indem ich die 98.600 Euro, die mir gegeben sind, als Rechnungsbetrag als 100% annehme und davon dann 2% abziehe, was 1.972 Euro Skonto entspricht. Somit ist der Überweisungsbetrag 96.628 Euro. Im Teil 2 der Aufgabe geht es nun darum, den effektiven Zinssatz für die Skontoausnutzung auszurechnen. Und zwar berechnet er sich immer mit der Differenz des rein netto Zahlungsziels, in unserem Fall 50 Tage und den 20 Tagen, die wir dieses Skonto ausnutzen dürfen. Wir gehen also von einer Kreditlaufzeit von 30 Tagen aus. 360 Tage entsprechen 100%. Demnach wollen wir herausfinden, wie viel Prozent entsprechen denn die 30 Tage. Und wenn wir den Dreisatz einsetzen, 100 durch 360 mal 30, kommen wir auf 8,33%. Und das wäre der effektive Zinssatz dieses Skontos. Im letzten Teil der ersten Aufgabe geht es darum, lohnt sich die Ausnutzung des Skontos, wenn sie sich nur durch die Aufnahme eines Bankkredites mit 12% Zinsen realisieren lässt. Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, wie viel Euro beträgt der Vorteil? In der Regel ist der Zins immer jährlich angegeben per anno. Das heißt, die 12% Kreditzinsen müssten wir für ein Jahr bezahlen. Nun ist die Frage, wie viel Zinsen würden wir bezahlen, wenn wir den Kredit 30 Tage aufnehmen. Ja, und genau so setzen wir diese Werte in die Zinsformel ein, die Sie schon kennen. Z ist gleich Kapital mal 12 mal 30 Tage geteilt durch 100 mal 360. Und als Ergebnis erhalten wir die zu zahlenden Bankzinsen, die 966,28 Euro betragen. Sind also deutlich niedriger als das, was uns der Skontobetrag bringt. Den haben wir ja unter A schon ausgerechnet. 1.972 Euro. Davon die 966,28 abgezogen. Der Skontovorteil beträgt somit 1.005 Euro und 72 Cent. Machen wir gleich weiter mit der nächsten Dreisatzaufgabe. Zum Schneidern von 210 Mänteln benötigt man 7 Schneiderinnen. Wie viele Mäntel können geschneidert werden, wenn 13 Schneiderinnen zur Verfügung stehen? Die Frage ist hier, wie viel Mäntel schneidet jede Schneiderin? Wir nehmen die 210 Mäntel durch die 7 Schneider und schon kommen wir auf 30 Mäntel pro Person. Diese 30 Mäntel multiplizieren wir nun mit der neuen Anzahl der Schneider von 13. 30 mal 13 macht 390 Mäntel. Kommen wir zur nächsten Aufgabe. Der Fußboden eines Hausflures hat folgende Maße. Länge 5 Meter, Breite 3 Meter. Die Fliesen für diesen Boden kosten insgesamt 405 Euro. Wie viel Euro kostet ein Quadratmeter dieser Fliesen? Ja, Quadratmeter errechnen sich Meter mal Meter, das heißt Länge mal Breite. Wir nehmen also die 5 mal die 3 und erhalten somit eine Quadratmeteranzahl von 15. Die 405 Euro teilen sich quasi auf 15 Quadratmeter auf. Somit kostet jeder Quadratmeter in dieser Rechnung 27 Euro. Und das ist auch schon unser Ergebnis für A. Bei B geht es nun um die Frage, wie viel Euro würden die gleichen Fliesen für den Fußboden der Küche mit den Maßen 4 mal 4 Meter kosten? So, 4 mal 4 Meter, Länge mal Breite, macht also 16 Quadratmeter. Wir nehmen die 27 Euro je Quadratmeter mal die 16 oder 4 mal 4 und kommen somit auf ein Ergebnis von 432 Euro, die für diesen Raum aufzuwenden sind. Kommen wir zur nächsten Aufgabe. Raser fährt täglich 60 Kilometer zur Arbeit. Auf dieser Strecke verbraucht sein Auto 4,2 Liter Benzin. Aha, wie viel Liter Benzin verbraucht der Wagen von Herrn Raser, wenn er aufgrund eines Umzugs täglich 80 Kilometer zur Arbeit fahren muss? Drei Satz. Wir schauen uns an, wie lange reichen 4,2 Liter und zwar 60 Kilometer. Somit nehmen wir die 4,2, teilen die durch 60 und multiplizieren mit 80. Somit kommt dann der Verbrauch auf 80 Kilometern auf 5,6 Liter. Unter B heißt es, wie viel Liter Benzin verbraucht der Wagen auf 100 Kilometer? Ja, im Endeffekt der gleiche Dreisatz, nur dass wir jetzt nicht auf 80, sondern auf 100 Kilometer rechnen. Wir nehmen wieder die 4,2, teilen die durch 60 und multiplizieren diesmal mit 100. 7,2 Liter. In der nächsten Aufgabe lautet es, zum Einräumen von 56 Regalen benötigt man sieben Arbeitskräfte. Wie viele Arbeitskräfte sind erforderlich, um im gleichen Zeitraum 96 Regale einzuräumen? Hier ist die Frage ganz klar, wie viele Regale schafft jede Arbeitskraft? Wir nehmen die 56 Regale und teilen die durch die sieben Personen, die damit beschäftigt sind und erkennen, acht Regale pro Arbeitskraft sind möglich. Somit nehmen wir das neue Ziel, die 96 Regale, die wir einräumen möchten und teilen die durch acht und kommen auf zwölf Arbeitskräfte. Wir brauchen also für 96 Regale zwölf Personen. Nun heißt es, das Sportgeschäft Fit verkauft durchschnittlich zwölf Paar Rollerblades pro Woche. Der Lagerbestand reicht in diesem Fall für acht Wochen. Wie lange reicht der Lagerbestand, wenn in der Sommersaison durchschnittlich 16 Paar Rollerblades pro Woche verkauft werden? Fragen wir uns zuerst, wie viele Paare verkauft das Sportgeschäft fix zur normalen Zeit? Wir haben gesagt, zwölf Paar, acht Wochen lang. Macht also einen Gesamtabsatz von 96 Paaren. Diese teilen wir nun durch den neuen Absatz von 16 Paaren pro Woche und kommen auf das Ergebnis, dass 96 Paar Rollerblades bei 16 Paar Absatz pro Woche sechs Wochen ausreichen werden. Nun heißt es, die Kosten für eine Gemeinschaftswerbung für 14 Geschäfte eines Einkaufszentrums betragen je Einzelhändler 260 Euro. Wie viel Euro muss ein Einzelhändler zahlen, wenn sich nur acht Geschäfte an der Aktion beteiligen wollen und die Gesamtkosten der Aktion unverändert bleiben? Zuerst ist es hier notwendig zu gucken, wie viel kostet diese Kampagne komplett? Und zwar nehmen wir die 14 Geschäfte, multiplizieren die mit den 260 Euro, die ein jedes Geschäft von diesem bezahlen muss und kommen auf Gesamtkosten für die Kampagne in Höhe von 3640 Euro. Die teilen wir nun durch die neue Anzahl der Geschäfte acht und kommen auf das Ergebnis, dass jedes Geschäft 455 Euro bezahlen muss. In der nächsten Aufgabe lautet es nun, Felix Fahrspaß spart auf sein erstes eigenes Auto. Er hat ausgerechnet, dass er, wenn er jeden Monat 280 Euro zurücklegt, den Kaufpreis des gewünschten gebrauchten Kleinwagens in 18 Monaten erspart. A. Ermitteln Sie, wie viel Euro der Kleinwagen kosten soll. Vergleichsweise einfach. Wir haben 280 Euro monatlich. Diese sollen 18 Monate gespart werden. Somit kommen wir bei 280 mal 18 auf die Kosten des Kleinwagens in Höhe von 5040 Euro. B. Felix möchte das Auto nun doch schon nach 15 Monaten kaufen. Welchen Eurobetrag muss er monatlich zurücklegen, um sich den gewünschten Wagen kaufen zu können? Das Auto kostet nach wie vor 5040 Euro. Er will nur 15 Monate darauf sparen. Bedeutet 336 Euro. Einfach den Preis von 5040 durch 15. 336 Euro monatlich müssen gespart werden. C. Vater Fahrspaß bietet Felix das Familienauto für 3600 Euro an und vereinbart, dass Felix monatlich 150 Euro an ihn zahlt. Wie viel Raten müsste Felix an seinen Vater zahlen? Wir haben einen Preis von 3600 Euro. Dieser teilt sich in Raten von jeweils 150 Euro, also 3600 durch 150. Und Felix kommt auf 24 Raten. Und der D heißt es Oma Fahrspaß, bietet Felix an, ihm jeden Monat so viel zur monatlichen Rate von 150 Euro an den Papa dazuzugeben, dass Felix das Auto schon nach 10 Monaten sein eigen nennen kann. Wie viel Euro müsste die Oma Felix monatlich dazugeben? Die ist etwas ausführlicher. Wir schauen uns erst an, was die jeweilige Rate ausmacht. Heißt 3600. Durch die neue Anzahl der Raten von 10 Monaten kommen wir auf 360 Euro monatlich. Von diesen 360 Euro monatlich übernimmt Felix 150 Euro selbst. Können wir also abziehen. 360 minus 150 und wir kommen auf 210 Euro, die Felix Oma ihm zu diesem Auto dazugeben muss. In der nächsten Aufgabe heißt es, 15 Aushilfen schaffen eine Inventur bei 8-stündiger Arbeitszeit in 2,5 Tagen und verursachen dabei Kosten in Höhe von 3300 Euro. Wie viel kosten 10 Aushilfen in 1,5 Tagen bei 10-stündiger Arbeitszeit und gleichem Stundenlohn? Schauen wir uns an, was die einzelne Aushilfskraft verdient. Wir haben 3300 Euro, die sich auf 15 Aushilfen aufteilen. Bedeutet, jede Aushilfe verdient 220 Euro. Jedoch binnen zweieinhalb Tagen. Also nehmen wir die 220 Euro, teilen die durch 2,5 Tage und erhalten das Ergebnis, dass jede Aushilfskraft 88 Euro täglich verdient. Die 88 Euro teilen sich wiederum auf 8 Stunden tägliche Arbeitszeit auf. Somit kommen wir auf den Stundenlohn, der in diesem Fall 11 Euro beträgt. So, in der Angabe lautet es nun 10 Aushilfen, 1,5 Tage, 10-stündige Arbeitszeit. Und genau so gehen wir vor. Wir nehmen die 10 Aushilfen mal 1,5 Tage mal 10 Stunden und multiplizieren dann mit dem Stundenlohn, den wir eben ausgerechnet haben. 10 mal 1,5 mal 10 mal 11. So kommen wir auf Kosten in Höhe von 1650 Euro. Weitere Aufgabe. Einzelhändler Meier möchte eine Plakatwand in der Größe 2 mal 2 Meter mieten. Diese kostet für vier Wochen 2.500 Euro. Der Vermieter bietet Herrn Meier die Hälfte der Plakatwand für acht Wochen an. Wie viel Euro kostet die Plakatwand Herrn Meier dann, wenn der Preis der Plakatwand pro Quadratmeter berechnet wird? Tja, schauen wir uns an. Die 2.500 Euro teilen sich auf vier Wochen auf. Somit kostet jede Woche 625 Euro. Diese 625 Euro teilen sich wiederum auf vier Quadratmeter auf. Der Quadratmeter Preis beträgt somit 156,25 Euro pro Quadratmeter natürlich. Und wenn wir nun die neue Tafel annehmen mit dem Quadratmeter Preis von 156,25 Euro. Multiplizieren wir die mit zwei Quadratmetern und acht Wochen kommen wir auf 2500 Euro. Zwei Quadratmeter in der Rechnung deshalb, weil ja die Plakatwand nur noch halb so groß ist wie vorher mit vier Quadratmetern. Noch zum Verständnis. Wir haben hier in der Aufgabe die halbe Fläche und dafür die doppelte Zeit. Beim gleichen Quadratmeter Preis kommen wir zum gleichen Ergebnis. Und wir kommen nun zur letzten Aufgabe. Eine Gemeinschaft von sechs Einzelhändlern teilt sich eine Reinigungsfachkraft. Die Reinigungsfachkraft kostet bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 20 Stunden und einem Stundenlohn von 9 Euro. Jeden Einzelhändler 30 Euro pro Woche. Wie viel Euro kostet es einen Einzelhändler, wenn sich statt sechs Einzelhändlern 9 an der Reinigungsfachkraft beteiligen und diese bei gleichem Stundenlohn 25 Stunden pro Woche arbeitet. Schauen wir es uns an. Wir wissen, 9 Euro verdient die Reinigungsfachkraft in der Stunde. Mal 25 Stunden kommen wir auf 225 Euro pro Woche. Die teilen wir nun ganz einfach durch die neue Anzahl der Einzelhändler 9 und kommen auf das letzte Ergebnis. Jeder Einzelhändler muss 25 Euro für die Reinigungsfachkraft bezahlen. 2 Euro für die Reinigungsfachkraft bezahlen.